Und wir sind wieder da bei The Legend of Zelda Link to the Past und... Moment... So, jetzt sind wir wieder da. Und ich habe noch gar nicht versucht, ob ich die Teile besiegen kann und... Es sieht ganz anders aus, als ob ich sie besiegen nicht kann. Oder doch, ich habe sie besiegt. Cool. Cool, cool, cool. Komm, raus. Aber wirklich viel bringt es mir auch nicht. Gut, ähm, naja, wir haben auf jeden Fall ein Herzzeit verloren. Das hat es uns doch gebracht. Das war es uns wert. Gehen wir wieder. Hier rauf. Und hier rauf. Denn vielleicht ist ja oben irgendetwas, was wir gebrauchen können. Moment. Zack. Hm, was genau wollte ich machen? Zack. So. Na ja. Egal. So, jetzt wieder zack. Zack, sagte ich. Ich sagte zack. Was... was hat sie gesagt? Nein, sie ist wieder weg. Okay, egal. Vielleicht finden wir hier oben etwas, was... toll ist. Zum Beispiel dieser Typ, der, der uns wieder... ähm, Herzen geben soll. Komm, gib mir noch... noch mehr. Ja. Ja. Gut. Ah, gut. Dachte schon. Ich dachte schon. Das Spiel wird mich wieder verraschen. Aha, gefunden und weiter geht's. Hier durch, ohne mich groß umzuschauen. Gehen wir einfach weiter. Also... Ich fahre hier rein. Äh... Hier... Kann ich doch etwas machen. Aber wie komm ich da hin? Wie komm ich da hin? Nein, so nicht. So auch nicht. So komm ich nämlich hin. Zack. Zack. Oh, hey. Was hat sie gebracht? Gar nichts. Doch. Wahrscheinlich schon etwas, weil... Es hat so PDDDM gemacht. Vielleicht ist jetzt der Boss dort? Vielleicht, vielleicht. Wir holen jetzt erst mal wieder... Herzen ab. Los, komm. So. Noch ein Herz, zwei Herzen. Komm noch ein drittes Herz. Ja, sehr gut. Danke. Das reicht doch schon. Wir können weiter. Moment. Was stand auf der Tafel? Äh... Warte kurz. Bis wir es gesehen haben. Gut. Wir gehen nochmal hier hin. Zuerst die... Äh... Haben wir noch einen Platz frei für einen Fehl? Nein, alle Fehl voll. Gut. Focke, ich bin in Zelda, dass dich von... Äh... Jetzt verstehe ich es. Blind ist ein Dieb und ihm gehört dieses Dungeon. Hooray. Hooray. Ich hab's herausgefunden und ich weiss jetzt. Ich weiss es jetzt. Ich hab euch doch gesagt ganz am Anfang, als wir die Prinzessin hatten. Oh, das ist sicher eine Fall da unten. Ich hoffe jetzt klappt es. Das was ich will. Es muss klappen. Sonst hab ich keine Ahnung. Gut, ähm... Auf jeden Fall bin ich hier falsch. Ich muss hier entlang. Erstmal diesen Typen da besiegen. Dann dieses Teil da. Besiegen lässt. Besiegen lässt. Oh, komm! Ich hab doch überhaupt so... Jetzt den... Da! Kaputtschlagen. Gut, ähm... Nein. Ich komm wieder runter. Ich will runter. Ja, da muss ich hier nach rechts. Gut. Das ist der richtige Weg. Äh, bam. So. Runter. Und wir holen uns wieder, ähm... Die Prinzessin. Also... Die Schlampe. Äh, jetzt hätte ich fast Schlampe gesagt. Ich wollte natürlich... Schlampe sagen. Naja, ihr... Ja, ich... Ich hab Schlampe gesagt. Egal. Ihr werdet ja gleich sehen, wieso es sein Schlampe ist. Hoffe ich. Vielleicht. So. Oh, komm. Vielleicht, vielleicht. Wenn ich mich nicht irre, dann... schaue ich definitiv in der Komplettlösung nach. Obwohl, ich hab schon mal... Ihr wisst ja, dass ich schon mal in der Komplettlösung nachgeschaut habe. Auf so einer Internetseite. Ich sag's euch nochmal. Und, ähm... Da stand auch schon so etwas Ähnliches drin. Die Seite ist nämlich sehr toll und cool und... Hoffentlich lauter so. Yes! Yes, yes, yes! Das ist eine Falle. Und das ist blind. Blind, besser gesagt. Das ist viel zu hell. Äh, Verwandlung. Ah, danke, Lösungsbuch. Er hat Lösungsseite. Und jetzt müssen wir den einfach kaputt kloppen. Cool. Okay, den können wir nicht kaputt kloppen. Los, geh wieder in der... Oh, nein! Okay, 2 gegen 1. Das ist ein Unfall. Äh... Gut, gut. Wir haben... Unsere Femme hin. Gut, gut. Gut, äh... 2 gegen 1. Noch immer. Okay. Okay. Skill! Nein! Fuck! Fast! Okay, weiter, weiter, weiter. Es geht weiter. Wir geben nicht auf. Nein, 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 nein. Wir geben nicht auf. Los, heilen uns endlich. So, bäm, bäm, bäm. War... Noch immer nicht besiegt. Dann weiter. Bäm, 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 bäm. Bäm, bäm, bäm. Bäm, bäm, bäm. Bäm, 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 bäm. Gut geschafft. Jetzt hab ich ihn getroffen. Und der Pro. Und Herzcontainer Nr. 70. Sehr gut. Und der nächste Kristall. Und, ja, darum springen wir jetzt wieder. Hey, Volker, du hast mich gerettet. Wahrscheinlich, wenn irgendetwas Neues kommt, werde ich es ja mitlesen. Aber einfach auf die Schnelle. Ich hab auch gesagt, ob das eine Falle. Super. Ah, verstanden wäre. Versperren und so. Monster, ja. Ja. Virule. Aha. Virule. Oder wie auch immer. Ich weiss es noch immer nicht. Ganon. Bestimmt. Ja. Verstanden. Natürlich hab ich's verstanden. Gut. Und hier sollte es... ...noch was geben, wenn ich mich nicht wäre. Ne, ne, ne. Genau. Moment. Hier. Moment. Bestirb. Bestirb. Fuck, wir haben zwei Feen verloren. Ich will wieder meine zwei Feen haben. Egal. Gehen wir hier runter. Jetzt hier entlang. Und dann mit den Frosch reden. Quack, Quack, Quack. Du... Quack, Quack. Du siehst ja noch ganz normal aus. Du bist kein einfacher Junge. Quack. Ich wohne einst in Carico. Ich frage mich oft, wie es meinen Kollegen geht. Quack, bitte bring mich zu ihm. Quack, bitte. Okay, wir sind so nett und bringen ihn zurück. Wenn ich weiss, wo ich ihn hinbringen muss. Ja, ich weiss es. Nämlich... Die hat der Bl제를 rum serie- ZACK, 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 zACK ... StIRF. StIRF. Nämlich in dieses kleine Häuschen. Los, geh rein. Sehr gut. Oh, du hast mich zurückgebracht. Danke. Wir schmiegen dir so ein langes Schwert, wie du willst. Vielen herzlichen Dank. Okay, jetzt müssen wir hier raus. Wieder hier rein. Gut, mit den Reden. Ach, du bist ja wieder da. Du bist die Schmiede wieder gern. Schmiede mein Schwert, bitte. Schmieden, ziehen Rubine. Also schmieden richtig, ja, okay. Alles klar, kein Problem. Wir haben kein Schwert mehr. Denn er schmiedet uns jetzt erstmal eines. Cool, oder? Jetzt können wir warten, warten. Ich spule ein bisschen vor. In die Schattenwelt. Und wieder zurück. Und es ist schon fertig. Mal schauen. Hier hast du es. Dein neuartiges Schwert. Nimm es mal in die Hand. Und... Es droht durch Orange. Und es hat enorme Kräfte, wie er mir gerade gesagt hat. Das finde ich cool. Und deswegen suche ich noch nach etwas Sam. Und zwar... Und zwar... Los, komm Vogel, komm her. Und zwar gehen wir hier hin. Zu 1. Denn hier hat es auch etwas Tolles. Etwas Tolliges. Toll, toll, toll. Ja, du hast uns Schaden zugefügt. Der Part ist bald zu Ende. Und ich mache hier oben Schluss. Und wir sehen uns bei Hiralas Turm. Und wie die Tante dort heißt. Also, bis dann.